Musik Ja, wir befinden uns hier im größten Platzhaus in Deutschland. Wir haben 17 Meter Fleisch, 12 Meter Wurst. Die Entfernung ist allerdings 30 Laufmeter ungefähr für unsere Gäste. Also hier bei uns haben wir auch exotische Artikel und zwar Bison, Eich, Känguru, Krokodil. Zur Zeit haben wir sogar Froschengel da. Ich selbst habe sie auch schon mal gegessen. Schön in Kräutermarinade eingelegt und in der Pfanne schmeckt wie Hühnchen. Echt lecker, kann ich nur empfehlen. Also wir haben zur Zeit auch Blätter, Schweine, Mäuse und Häschen. Die kommen sehr gut bei unseren Kunden an, für den kleinen Snack zwischendurch. Klar haben wir aus der Region Fleisch, aber besonders gut ist bei uns das Gourmet Naturell Fleisch aus Frankreich. Sehr begehrt bei unseren Gästen. Unsere Kunden nennen wir auch Gäste, weil wir sie wie Gäste behandeln. 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 Gäste, weil wir sie wie Gäste behandeln, nicht nur noch die Gewurzelle Helgen hängen.